Abhängiges Entstehen in Hinblick auf Ursachen Der Sprung des Bewusstseinsstroms über den Abgrund, dieses Entstehen in Abhängigkeit, Patithya Samudbada, über Tod und Geburt und lange Zeiträume hinweg, dieser konditionalen Nexus, ist in folgenden zwölf Gliedern vorzustellen, von denen eines jeweils das nächste bedingt. Dabei ist zu betonen, dass es zahlreiche, zum Teil stark voneinander abweichende Deutungen des Patithya Samudbada gibt. Der Buddha erklärt im Reissprösslingssutra den sich immerfort wiederholenden Zyklus der Ursache-Wirkungskette, die zu Leid führt. Das Buddhas Beschreibung der Ursachen von Leid beginnt mit mangelndem Gewahrsein als erstem Glied. Wir sind der Natur des Seins nicht gewahr und halten für wirklich, was nicht wirklich ist. Auch jetzt sind wir nicht voll gewahr, denn verschleiernde Muster sind aktiv. Mangelndes Gewahrsein bewirkt, dass die geistigen Prozesse von Kräften gestaltet werden, die Ausdruck dieses unvollständigen Verstehens der Natur des Seins sind. Diese durch mangelndes Gewahrsein bedingten Gestaltungskräfte, Glied 2 in der Kette, beeinflussen den geistigen Rahmen, in dem sich unser Erleben abspielt. Die Gestaltungskräfte beeinflussen, wie wir Erlebtes interpretieren und wie wir darauf in unserer begrenzten Schau reagieren. Dies wird dualistisches Bewusstsein genannt, Glied 3 in der Kette. Es ist ein Bewusstsein, das in Ich und Anderes unterscheidet und geprägt von den Mustern des Anhaftens, Ablehnens und Nicht-Wissen-Wollens die Welt erlebt. Das dualistische Bewusstsein ist die Summe aller Gestaltungskräfte, die aufgrund von mangelndem Gewahrsein in uns wirken. Aufgrund dieses dualistischen Bewusstseins kommt es zwangsläufig zur Identifikation mit dem eigenen Erleben, Name und Form genannt, Glied 4 in der Kette. Form oder besser Formen steht hier für die Identifikation mit den über die körperlichen Organe erfahrenen Sinneswahrnehmungen wie Spüren, Sehen, Hören, während Name für die Identifikation mit den daran gekoppelten Empfindungen, Unterscheidungen, Gestaltungen und Bewusstseinszuständen steht. Zusammen sind dies die fünf Aggregate oder Daseinsgruppen, die wir in der westlichen Kultur, Körper und Geist nennen und mit denen wir uns identifizieren. Die Identifikation mit Körper und Geist oder besser gesagt mit Formen und Namen hat zur Folge, dass wir uns auch mit den Sinnesquellen identifizieren. Glied 5 in der Kette. Wir sprechen von meinen Augen, meiner Nase, meinen Ohren, meiner Zunge, meinem Körper, meinem Geist und sagen, ich sehe, ich rieche, ich höre, ich schmecke, ich fühle, ich denke, ich erlebe. In diesen durch Identifikation vereinnahmten Sinnesquellen kommt es zu Kontakt, Glied 6 in der Kette. Durch Kontakt entstehen Erfahrungen. Kontakt beschreibt hier das Zusammentreffen eines Sinnesreizes mit dem Sinnesorgan, dem entsprechenden Sinnesbewusstsein. Wenn wir in höherer Bereitschaft sind, entsteht Kontakt mit akustischen Reizen wie dem Ton der Klangschale hier. Klänge sind Erfahrungen von akustischem Sinneskontakt und Gleiches gilt für die anderen Sinne. Weil der Sinneskontakt von Identifikation, sprich mangelndem Gewahrsein begleitet ist, wird die Wahrnehmung eingefärbt mit Gefühlstönungen oder Empfindungen, Glied 7 in der Kette. Es wird als angenehm empfunden, was mir gefällt und als unangenehm, was mir nicht gefällt und als neutral oder irrelevant, was für mich keine besondere Bedeutung hat. Es ist keineswegs festgelegt, wie wir bestimmte Sinnesreize erleben. Es hängt stets von unserer persönlichen Vorliebe und unserer situationsbedenken Einschätzung ab. Aufgrund dieser Einschätzung mit korrespondierender Gefühlstönung entsteht Verlangen, auch Durst genannt, Glied 8 in der Kette. Verlangen beinhaltet das Haben-Wollen wie auch das Nicht-Haben-Wollen als quasi automatische Reaktionen auf angenehme und unangenehme Empfindungen. Wenn das Bewusstsein angenehme oder unangenehme Empfindungen mit Verlangen erlebt, dann möchte es mehr vom Angenehmen und weniger vom Unangenehmen. Dieses Verlangen führt zum Ergreifen, Glied 9 in der Kette. Im Kontakt mit einem begehrenswerten Objekt kommt es zu einer angenehmen Gefühlstönung und das Verlangen nach diesem Objekt entsteht, was zu einem mentalen Ergreifen führt. Das wahrgenommene Objekt wird fixiert. Diese Fixierung findet bei Angenehmem wie bei Unangenehmem statt. Wir fixieren gleichermaßen die Auslöser von Ärger wie von lustvollen Erfahrungen. Es sind nur andere Inhalte. Das auf Verlangen beruhende Ergreifen von Angenehmem wie Unangenehmem schafft Muster, die das weitere Leben und Werden bestimmen. Diese Werdekräfte, Glyzeen in der Kette, gestalten die Zukunft und führen zusammengenommen zur nächsten Existenz. Im Tod, wenn sich der Geist vom Körper löst, bestimmen diese Muster des Wollens und Nicht-Wollens den weiteren Prozess. Dieses Werden vollzieht sich auch gerade jetzt. Aufgrund dessen, was wir jetzt gerade verstehen, annehmen, ablehnen und so weiter, gestaltet sich gerade unser weiteres Werden. Die jeden Moment aktiven Geisteskräfte gestalten den Werdeprozess. Sie beeinflussen, was wir als nächstes denken, fühlen und tun. Die Summe dieser Prozesse des Werdens ist existenzbestimmend. Sie bewirken die Geburt des nächsten Erlebens. Geburt als das elfte Glied in der Kette. Das heißt, die Kräfte, die jetzt in unserem Bewusstsein aktiv sind, beeinflussen die nächste Wahrnehmung. Sie gestalten das nächste Erleben oder gar die nächste Existenz. Nach Aussage der Meister tun sich nach dem Tod beziehungsweise nach jeder so durchlebten Situation verschiedene Existenzbereiche als Möglichkeiten auf. Sie entsprechen den verschiedenen karmischen Filmen, die sich dem Geistesstrom aufgrund seiner prägenden Muster aufdringen. Wenn wir sie für wirklich halten und uns auf sie einlassen, werden wir in die entsprechende neue Existenz hineingeboren. Alter und Tod als Glied 12 in der Kette sind die zwangsläufigen Folgen von Geburt. Alles, was einen Anfang hat, eine Geburt, wird zwangsläufig ein Ende haben, einen Tod. Dazwischen ist es aufgrund des unabdingbaren Wandels dem Alter unterworfen. Nichts bleibt. Diese Beschreibung können wir auf kurze Situationen beziehen oder auf ganze Leben. Geboren werden, altern und sterben sind aufgrund von Identifikation mit Kummer und Schmerz verbunden. Das von Verlangen aufgewühlte Bewusstsein verstrickt sich im Erleben, was zwangsläufig zur Anspannung, unglücklich sein und auch körperlichem Leid führt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!